Hallo, ich bin Christoph Jugel und ich verantworte bei der DENA die ganzheitliche Betrachtung der Energieträger, Infrastrukturen und Energieanwendungen. Das verstehen wir unter Integrierte Energiewende. Hallo, ich bin Susanne Schmelcher und treibe bei der DENA das Thema konkrete Umsetzung der Energiewende in den Städten und Kommunen. Bei der Integrierten Energiewende spielen Städte eine besondere Rolle. Erstens, weil ein Großteil der Bevölkerung in Städten lebt und dort auch ein Großteil der Emissionen anfallen. Gleichzeitig bieten die Städte aber besondere Chancen, weil hier viele unterschiedliche Infrastrukturen dicht besammelt sind und einen hohen Innovationsgrad der Infrastrukturen, der technischen Anlagen und der Geschäftsmodelle aufweisen. Und das ist wirklich die gute Nachricht. Städte waren auch historisch gesehen schon immer Orte der Innovation und wir haben hier eine Vielzahl von tollen Projekten, die durch sehr engagierte Akteure vor Ort umgesetzt werden. Aber gerade bei der Umsetzung fehlt es oft an den richtigen Rahmenbedingungen. Und darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren auf dem DENA Energiewende Kongress 2018. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank.